hallochen ihr lieben menschen da draußen ich begrüße euch wieder zu einem neuen speedpainting diesmal digital das ist ja schon wieder etwas länger und mir ist aufgefallen dass ich dieses ja eigentlich kaum digital gemalt habe also eigentlich schon viel weil ich eine kurz ein kurzcomic eine kurzgeschichte habe ich komplett nur digital gezeichnet aber so ein richtiges random bild habe ich irgendwie gar nicht digital gezeichnet man nur skizziert oder halt diesen ein comic und ja und das habe ich dann letzte woche geändert da hatte ich es aber gar nicht gemerkt das habe ich erst gerade gemerkt die skizze zu diesem bild sieht eigentlich ziemlich anders aus es gibt nur ähnlichkeiten von der frisur und vom gesicht und zwar habe ich jemanden mein skizzenbuch durchschauen lassen und er meinte dann bei dieser skizze dass sie ihm sehr gefallen würde und dass er es seltsam findet dass ich daraus nichts gemacht habe weil mein skizzenbuch sind halt viele dinge aus denen ich größere bilder oder größere skizzen noch gemacht habe aber aus der halt nicht und ich habe halt auch gemerkt dass die design idee an sich war gar nicht schlecht aber die pause war nicht gut die in dem skizzenbuch war und hat es aber echt nur gefühlte sekunden gedauert bis daraus dann diese bild idee für dieses digitale bild hier entstanden ist dass ich dann das digitale medium gewählt habe um es auszuführen liegt halt daran dass ich momentan den verlust meines mäppchens noch nicht ganz verkraftet habe ich habe nur noch normale bleistifte und einige sehr teure schöne stifte mit denen ich sehr gerne gemahnt habe sind jetzt weg und unter anderem auch mein normaler druckbleistift das war so der war schon gefühlt an meiner hand angewachsen und mit dem hat sich zeichnen sehr sehr natürlich angefühlt und irgendwie ist mir deswegen die lust auf traditionelle dinge gerade vergangen und ich denke ich werde auch die nächsten tage vielleicht auch wochen versuchen ein bisschen mehr digital zu zeichnen was ja auch gar nicht schlecht ist weil ich kann nicht sonderlich gut digital zeichnen vor diesem bild hatte ich nämlich noch ein anderes angefangen das hatte ich nur digital vorskizziert deswegen war es ein bisschen krumpelig und ich habe versucht darin zu painten also so richtig haut darzustellen und das ist sehr schwierig dafür braucht man seine zeit und das muss man erst lernen und ich kann auf jeden fall noch nicht painten ich bin eher ein zeichner als ein maler und das möchte ich aber sehr gerne lernen aber ich habe das gefühl dass das digital ein bisschen leichter ist als traditionell und das habe ich halt geübt aber da die vorskizze allein schon so grumpelig war hat das bild dann im endeffekt nicht gut ausgesehen ich habe es auch nicht zu ende gemacht nicht irgendwo hochgeladen und direkt danach dann dieses bild hier angefangen und da habe ich dann einfach versucht gar nicht mehr nachzudenken also ich habe nicht mehr nachgedacht sondern habe einfach so gezeichnet wie ich bock drauf hatte weil wenn ich skizziere schraffiere ich sehr gerne schatten und mache alles sehr mit vielen strichelinien und sowas in den haaren und sowas mache ich gerne und das habe ich dann einfach auch in diesem bild gemacht die haut ist ja überhaupt nicht gepaintet also es ist nichts gepaintet in diesem bild es ist einfach nur 2d alles flach aufeinander gepanscht aber es hat mir sehr viel spaß gemacht und ja diesmal sollte es alles ein bisschen dunkler ein bisschen creepiger ein bisschen böse aussehen die augen gefallen mir sehr und ich habe sie auch öfter gezeichnet ich glaube das sieht man zwischendurch also man sieht man wieder nicht alles weil dieses programm mit dem ich mein bildschirm aufnehme hat die angewohnheit zwischendurch mal abzubrechen und mir nicht bescheid zu geben beziehungsweise dass dateien davon kaputt gehen deswegen gibt es ein paar kleine sprünge aber ich glaube diesmal hätte sich noch im rahmen aber ich glaube es gibt irgendwie kein speedpainting wo es von mir nicht so komisch ist als es immer sprünge gibt weil irgendwas schrott gegangen ist ich habe ein großes talent dazu ich hoffe das ist nicht allzu schlimm insgesamt hat mir dieses bild also wirklich sehr viel spaß gemacht es war sehr beruhigend daran zu arbeiten und zu merken dass etwas dabei rauskommt was eigentlich gar nicht so schlecht ist obwohl es ja eh eine sehr seltsame idee oder skizze ist aber ich bin ehrlich gesagt wirklich zufrieden damit wie es nachher herausgekommen ist und ich habe auch schon von einigen leuten gehört dass es ihnen sehr gut gefällt und da ich letzte woche eine große druckaktion gemacht habe habe ich dieses motiv direkt auch als postkarte drucken lassen und ja ist vor ein paar tagen angekommen und das ergebnis sieht sehr cool aus mit einer individuellen rückseite noch beschreibbar dabei und die werde ich dann auf den nächsten conventions zeigen beziehungsweise zum kauf anbieten apropos conventions die nächste auf der ich bin ist sogar direkt diese woche ist in aachen die komikerde freitag samstag und sonntag 9.10. und 11. da freue ich mich schon drauf ich war noch nie auf der komikiale und das hört sich sehr gut an vielleicht ist hier jemand von euch dort danach bin ich auf einer messe in oberhausen dann in dortmund und dann in düsseldorf ich glaube sie sind alle innerhalb der nächsten zwei monate also ich bin gespannt vielleicht werde ich auch noch neue poster drucken vorerst für die aachener messe habe ich halt hauptsächlich die neuen postkarten motive das sind sechs stück und ich habe visitenkarten habe ich mir jetzt gemacht richtig professionell hier da freue ich mich auf jeden fall schon drauf und falls jemand von euch auf den messen ist könnt ihr mir gerne vorher bescheid geben da würde ich mich freuen aber zurück zum bild naja was gibt es da noch zu sagen beim hintergrund beziehungsweise vordergrund da geht ihr mit dem nebel auch über das motiv selbst habe ich ganz viel rum gepanscht ich habe so pinsel mir gedownloaded die halt aussehen wie aquarellspritzer oder farbpaletten und sowas und das mag ich sehr gerne weil ich finde es immer cool wenn es nicht zu glatt aussieht wenn es ein bisschen natürlicher aussieht das finde ich sehr schwierig im digitalen das noch da rein zu bringen aber da habe ich am ende dann noch ein bisschen rum getrickst und rum experimentiert und zwar inspiriert mich momentan der J.M. Fenner den könnt ihr ruhig mal googlen der ist wirklich super cool sehr und der kombiniert ganz oft traditionell und digitales oder macht nur digitales aber um das nachher traditionell aussehen zu lassen legt der Strukturen von Papier oder Pinseln oder sowas nachher über das Bild und das habe ich gegen Ende selber auch versucht oder mal ausprobiert und der Effekt gefällt mir wirklich sehr und es ist immer das Problem am digitalen dass ich oft das Gefühl habe dass es schwer ist da einen Charme reinzubekommen weil es oft sehr glatt oder seltsam aussieht für mich und aber auch dass man nie aufhören kann man kann stundenlang an einer Strähne rumwummeln man kann immer weiter reinzoomen versuchen alles so perfekt zu machen wie möglich und dann am Ende wenn man rauszoomt ist alles vergebens gewesen und vor allen Dingen hat man auch jede Farbe zur Auswahl und Kreativität entsteht ja oft dadurch dass man beschränkt ist oder man macht eine gute Farbpalette indem man seine wenigen Farben mischt und so weiter und das durch das große Angebot ist das sehr schwierig im digitalen für mich und mittlerweile bin ich halt dazu übergegangen am Anfang mir eine Farbpalette auszusuchen wie ihr wahrscheinlich seht an den paar Farbtupfern die zwischendurch im Bild sind und wenn mir während des Zeichens auffällt dass die nicht reichen dass die nicht gut genug sind mache ich mit verschiedenen Deckkräften die übereinander und suche mir dann eine Farbe daraus für das Bild aus ja und das ist so momentan meine Technik um da ein bisschen besser klar zu kommen weil durch permanentes Neuraussuchen von Farben kann man das Bild sehr schnell zerstören da ich dann alle möglichen Farben reinbringe es gibt keine gute Farbkomposition mehr es wird knallig, es wird seltsam und diese Begrenzung hilft mir dann schon mal ganz gut und auch diese Pinsel die ich mir gedownloadet habe machen mir auch immer wieder mehr Spaß und dann als dritten Punkt diese Strukturen drüber zu legen das finde ich auch super ist eine richtig coole Idee und die werde ich wahrscheinlich noch öfter anwenden Jo, ansonsten gibt es nicht mehr so viel zu sagen außer dass die Dame eigentlich also einige haben mich gefragt was das für ein Wesen ist und sowas und ich habe es ja auch Nebelnymphe genannt Nymphen sind Fabelwesen die mit der Natur zu tun haben und sie sollte eigentlich einfach ein bisschen mysteriös aussehen und einfach wie ein fremdes, natürliches Wesen was man nicht kennt und über was man nicht viel weiß und das einen kurz anguckt und dann verschwindet so ein kurzer Blick sollte das möglichst darstellen für die, die da unbedingt mehr wissen wollen so, aber das war es dann jetzt auch schon wieder mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen ich habe jetzt echt viel geplappert ich hoffe das Video hat euch gefallen ich hoffe das Bild gefällt euch gebt euren Senf in die Kommentare ich würde mich freuen vielen Dank fürs Durchgucken fürs Hören bis hierhin und macht's gut habt eine schöne Woche Dankeschön und macht's gut mit dem ich bin die mit dem